Jetzt wollen wir zusammen die konsonatische Deklination deklinieren. Wir fangen an mit dem Wort Konsul. Konsul, Konsulis, Konsuli, Konsulem, Konsule, Plural, Konsulis, Konsulum, Konsulibus, Konsulis, Konsulibus. Und jetzt bist du da an. Konsul. Plural. Okay, jetzt machen wir es ein bisschen schwieriger. Jetzt lassen wir ein paar von den Formen weg. Konsul. Und den Plural. Okay, jetzt machen wir es noch ein bisschen schwieriger. Jetzt lassen wir noch mehr von den Formen weg. Konsul. Plural. Okay, jetzt war das richtig gemacht. Dann lassen wir jetzt mal noch mehr weg. Eigentlich lassen wir alle weg. Bis auf natürlich den Nominativ-Singular. Konsul. Und den Plural. Okay, hast du alles richtig gemacht. Prima. Dann gucken wir uns ein anderes Wort an. Das ist das Wort Westes. Westes. Westes, Westes, Westi, Westem, Weste. Und der Plural. Westes, Westium, Westibus, Westes, Westibus. Ungewöhnlich ist der Plural, der Genitiv-Plural, Westium. Und jetzt bist du dran. Westes. Und den Plural. Okay. Jetzt lassen wir wieder einige Formen weg. Westes. Westes. Und der Plural. Okay. Und jetzt lassen wir noch mehr von den Formen weg. Westes. Und der Plural. Gut. Und jetzt lassen wir alle Formen weg. Bis auf den Nominativ-Singular natürlich. Westes. Und den Plural. Okay. Hast du alles richtig gemacht? Prima.